Das Pendelrätsel im Südturm in Hogwarts Legacy lösen. Ich zeige dir wie es funktioniert. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen. Mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in Hogwarts Legacy. Ich befinde mich im Südturm und zwar auf der Map. Wenn wir hier reinschauen, sieht man hier auf der oberen Seite im Südflügel. Und hier haben wir einen Glockenturm. Ihr seht hier ein Pendel, das pendelt hin und her und wir haben Türen. Ich bin gerade am Streamen und wir haben uns gewundert, wie bekommen wir denn überhaupt diese Türen auf. Ja, die haben eben mit diesem Rätsel zu tun. Es gibt hier beim Glockenturm vier Türen. Also hier ist die erste, dann nach oben, wenn man geht, hier ist die zweite, auf der oberen Seite die dritte und die vierte. Also es ist alles in diesem Gebiet, denn ihr braucht zwei Sachen, zwei Zauber, um das überhaupt benutzen zu können. Und zwar das erste, was wir brauchen, das ist mal Alohomora. Mit dem können wir Sachen aufsperren. Das ist, wenn ihr habt Schloss Stufe 1, dann habt ihr noch nicht. Wie schaltet ihr den frei? Ihr müsst die Hauptstory spielen. Das geht durch die Hauptstory. Ich bin jetzt so bei circa 12, 13 Stunden und es war so ein Level 13, 14 Quest. Also es dauert doch ein bisschen. Das zweite, was ihr benötigt, ist Arresto Momentum. Ebenso freizuschalten über eine Quest. Bekommt ihr ebenso. Schaut einfach nach, wenn ihr so Level 13, 14 seid, dass ihr eben einfach hier in die Aufträge reinschaut und ihr seht es dann. Es steht dann dieser dabei. Ich hatte ihn auch einfach offen. Also ich weiß auch nicht, wann ich ihn einfach bekommen habe, aber er war einfach drinnen. Ihr könnt ihn eigentlich nicht verpassen. Jetzt aber zum Rätsel. Naja, wir schauen einfach hier mal, was ist drauf auf der Türe. Und wir sehen hier dieses, ich nenne es mal Eulenzeichen. Wir haben vier Türen und vier Zeichen. Und hier seht ihr genau dieselben. Und hier haben wir dieses Pendel. Und ihr müsst dann mit eurem Sauber, ich wähle ihn jetzt nochmal an, ihn stoppen. Wenn ich ihn treffe. Ja, stoppen, stoppen, stoppen. Ihr seht, jetzt habe ich ihn gestoppt. Und jetzt bekommt ihr die Tür auf. Das heißt also, mit diesem Verlangsamungszauber bringt ihr die Tür auf. Wenn ihr die Tür einmal offen habt, bleibt sie auch offen. Ja, also wir haben es jetzt auch getestet. Das Ding geht auch nicht wieder zu. Ich muss mich jetzt nur unsichtbar machen. Das wäre mir nicht schlecht. Weil sonst sieht man hier nämlich die Kiste. Und jetzt kann man das Ding aufmachen. Und so funktionieren dann auch alle anderen. Also ich will euch jetzt nicht jeder einzeln zeigen, aber hier habt hier eine. Dann hier beim Stockwerk oben. Ihr müsst eigentlich nur absuchen. Ihr sucht also mit eurem Sauber ab. Und ihr findet dann eigentlich, hier sieht man da unten ist noch eine. Also die ganzen Dinger sind einfach versteckt hier auf den Ebenen. Hier drüben ist die nächste. Also ihr seht, das ist alles in dem kleinen Bereich. Muss ja so sein, weil ihr müsst es ja stoppen. Ja, also wir schauen jetzt nochmal bei dem hier. Das ist dieses... Zwei Drachen, irgendwas nennen müssen wir mal so. Das heißt, das wäre da oben. Ich muss jetzt noch wieder meinen Sauber rausfinden. Das heißt, wir stoppen das einfach. Wenn er will. Vielleicht müssen wir näher hin. So, wir haben es jetzt gestoppt. Und jetzt ist die Tür offen. Danke. Dauert ein bisschen. Und so könnt ihr das aufmachen. Ja, es war ein bisschen zu früh. Ja, das ist mein Video. Ich werde es natürlich jetzt nochmal probieren. Ich werde es im Zoom weitermachen. Aber hier stoppt das Ding einfach. So, jetzt. Lässt du mich rein oder nicht? Vorführeffekt wird geschrieben im Chat. Ja, genau. So, jetzt. Ja, es ist funktioniert. Ja, das waren... Das war das Glockenrätsel. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Charlie, du, da ist noch jemand. Was? Ich habe bis zum Ende geguckt. Es auch mehr. Was mache ich jetzt? Ja, dann sage ich Ihnen das mit den zwei Videos. Die Videos? Ja, okay. Und das Abo. Das Abo, hier unten. Und die Glocke nicht vergessen zu drücken. Ja, und die Glocke nicht vergessen zu drücken. Ja, habe ich. Habe ich gesagt. Habe ich.